so willkommen zu einer neuen runde schön im dunkeln wir suchen genau aber sowas von ja taler in der tasche aber letzten charakter wieder versemmelt stufe 25 naja also ich muss sagen wir haben uns ganz gut hochgekämpft wenn ich überlege wir hatten mal gar keine kohle mehr und keine blutmarken das ist aber ziemlich nah dran ja ich schieße rum okay ich versuche die ausatmutter wie viel der hat jetzt manchmal ist sie so ein bisschen schwierig noch eine auch wir sind ja in zwei verschiedene richtungen gelaufen kann das hat ich komme dir mein der wenn ich schaffe und bist du nah am dienst kommst du nah dran bist dann kannst du ja deins lösen aber ich mache erst mal ich habe erst mal ein zombie gelöst super her warum wo bin ich den lang gelaufen also ich bin jetzt okay ich glaube ich ziehe mal geradeaus das müsste dann auch passen falls du irgendwo munition siehst ich bin gerne abnehmer hier vielleicht ne oder leuchtet schon so schön blau das sind wir wieder bei rainbow es leuchtet es muss damals im kino bestimmt richtig gut gekommen sein weil die leute sowas nie gehört haben und dann so einen kleinen scherz so ich denke auch gerade weil es ja so ein ernster film ist sondern den allerletzten habe ich gesehen ach hier ist munition sehr gut den allerletzten rainbow habe ich auch gesehen aber das ist das ist nichts mehr für mich das ist sehr brutal gewesen aber auch sehr übertrieben irgendwie also wo ist man jetzt irgendein zombie hat auch eben tag gemacht sehr gut nachladen was ist hier ich glaube ich lauft hier mal hinter hat mich von erwischt ja das ist krass wenn die so teilweise laufen die da lang und auf einmal höchst und immer schlägt schon ein hier ist munition drin ja nicht doch nicht das dem nur so oft geblinkt weil was mir immer aufgefallen ist die munitionskisten blinken ja auch so leicht auf ja da war ich so langsam links ist gut ja ich meine sogar lang wir haben das dreieck entdeckt was für eine revolution das ist auch wieder diese gebäude hasse ich auch vor uns ganz schön geballert oder ich fahr mal hoch und gleich da gelandet das ist ja praktisch munition und das schweinchen haben aufgeteckt das finde ich auch viel besser das ist nicht so anstrengend okay also klar kann auch anstrengend sein aber ja eben war doch noch ein zombie der hinter mir hinterher gelaufen ist aber egal oder um es feuer teufel ja ich hoffe mal der kommt nicht runter oder dass der leitern klettern kann ja irgendwie ich weiß nicht vielleicht kann ja auch beamen oder so viel wasser oh scheiße diese wasserlevel die gerade im dunkeln dann höre ich immer nur und dann sind das diese blöden wasserteufel und dann siehst du schon wieder blutung stoppen nervig echt die finde ich wirklich widerlich die hören sich an wie so ein zahnarzt oh gott was hast du für ein zahnarzt wenn er da rum bohrt weißt du so ja stimmt ja so ein bisschen ich habe so schrille geräusche vom zahnarztstuhl kannst du auch nicht weglaufen endlich das war ja eine lange lange ritt durchs wasser es scheint noch keiner da zu sein außer hunde ok war das gut wiese artig schlafen ja den können wir ganz gut platt machen der wir super die frage ist nur wo der drin ist hier brennt brennt ist ob der hier haben wir doch auch hier und wie gesucht und nicht gefunden hier obwohl also ich höre ihn glaube ich laufen es gibt die munition müsste doch unten sein oder ja gibt es noch mehr munition oh ich habe ihn bist du in der kirche ja ich bin unten und jetzt laufen wir nach unten achten hier ist so eine treppe irgendwie oh jetzt hat er hier gleich geworfen so jetzt komme ich nicht rein ok oh du hast ihn aber schon gut was verpasst ich habe sogar eine dynamitstange scheiße jetzt hat er mich angezündet der sack ich würde ihn gerne mal eine dynamitstange verpassen ich bin auch eine verpasst ok wo ist denn schweinchen dick mr oink oink komm komm put 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 oh da kommt er oh hab ich dich erwischt ja ja angezündet und äh explodiert ist irgendwas und jetzt ich bin tot ich konnte ja nicht mehr weil es hat irgendwie bumm gemacht dann war ich angezündet und dann hab ich noch ein ganz bisschen energie gehabt aber ich glaube ähm den könntest du bekämpfen und kannst mich dann wieder oh scheiß ich versuche dich gleich wieder zu beleben ja achso ich kann ja meinen partner zu sehen also welche ablenkung ja so jetzt musst du gleich weg rennen mhm lauf schneller als hinter dir ja ich musste die äh das feuer erstmal ausmachen oh wieder vom schlechter ey das gibt es doch gar nicht ich hab mir grad eine spritze gesetzt ey oh so ein sack ok jetzt ich würde sagen mach ihn erstmal platt und dann kann ich ja nochmal aufstehen das ist jetzt sein untergang ja so ist wirklich am besten so habe ich es vorhin am anfang auch gemacht ah super ja er hat das bekommen was er verdient hat oh ich werde aufgehoben ja oh ich bin doch so so jetzt habe ich die spritze noch in der hand auch gut brauchst du nicht so ah ja genau vergiss dich immer wieder so du hast ihn verbannt ne ja ok dann gucken wir mal ich brauche noch ein bisschen munition da hinten ist noch welche hier ist auch noch munition falls du noch brauchst mhm so ich lade jetzt nochmal nach O-oh oh o-oh oh man munitions vorrat ist voll mehr geht nicht Oh, ich weiß gar nicht, wo der umgekippt ist, der Typ Was war das hier hinten irgendwo? Genau, wo ist denn der umgefallen? Ah, ich sehe es blitzen, ne? Ah, okay Ich glaube, wo kann ich mich denn gut positionieren? Ich habe hier nur zwei Eingänge, einmal diese Treppe und einmal die andere Ja, ich werde mich hier auch erstmal in Stellung halten Wenn da jetzt einer um die Ecke kommt, dann müsste es eigentlich Klack, klack machen Oh, das ist immer so, die Prozentzahl ist gefühlt immer mega langsam Ich glaube aber, das wird zum Schluss noch ein bisschen schneller dann Oh, zumindest ist der Ausgang ziemlich nah Das ist gut Ich hoffe ja, dass wir beide die Trophäe einsammeln können Ohne, dass vorher einer reinkommt Oh, ich höre schon wieder ballern Oh nein Ba-bam Ba-bam Oh Mensch, verwandel dich doch schneller da Ey Das ist doch wieder Oh ja, 90, 91 Zum Schluss geht es ja dann doch nochmal ein bisschen schneller Oh, das war ja wie, als wenn es hinter mir war Ja, ich glaube, die sind schon hier drin Nimm die Trophäe Okay Willst du erst gucken, oder? Mhm Oben sind sie Okay Wo? Hier oben Dann lass uns nach hinten gehen Mhm Ich würde auch sagen, der am besten wir haben Vorsicht, hier gibt es eine Falle Mhm Okay Und hier gibt es noch eine Falle Die Sonne Alter Alter, scheiße Oh, Mann, ey Hast du ihn erleden? Ich gehe dir auf, ja, ja Oh, danke Ja, da kommt bestimmt gleich noch einer, ne? Oh, wieder erschossen Oh, scheiße Hat er dich auch erledigt? Ja, ja Oh, Mann, ey Schade, schade Naja, okay Aber Zeitgewinn durchfallen War gar nicht so verkehrt von denen